wir wollen und Töte alles ist mir doch egal wenn ich jetzt immer sterb oder kommt einer mit oder ist er oder sind zu verfolgen ich nehme jetzt gerade eine Base ein äh das gibt es doch nicht äh ich frag mich wie oft ich jetzt schon gestorben bin ja deine Mutter hat die Kontrolle über den Obstgarten und du verpiss dich von oben Junge boah der kann ja mal gar nicht fahren der Typ ist ja schrecklich aber doch geht doch er kann es ein bisschen ja er ist mal ein paar stück gestochen und dann Feige wegrennen haha einfach mal irgendwo hinwerfen schadet ja nicht wo bist du denn jetzt äh Mitte sozusagen ah da bist du doch dann lass noch da hinten wohin da du musst nur immer aufpassen weil da 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 will da will gerade einer wollte übernehmen oder auch nicht es ist einfach mal in die Richtung gehen ich weiß ich weiß scheiße ich würde von AI getötet ok ich glaube man immer von hinten anfängt ne da drehe ich mich auf ja muss noch ein bisschen bisschen weit laufen so komm ich würde mit dem helfen nein die hat uns gerade abgestochen gegenseitig hm wie weit bist du mit Na descon äh ich glaub vierte vor weißen nicht aber ich bin wieder aufm ersten lass uns mal raus gehen die fl heavenly umskillen und immer schön neue missionen reinziehen und wir sehen uns dann gleich schuss ja man wieder in der neuen runde hat auch gar nicht lange gedauert ich habe jetzt übelst viel ep grad gemacht weil ich auf den sebastian gewartet habe und ja wie man sieht habe ich viel in der zeit geschafft hat waren nur so zehn minuten auch diese runde ich mag das voll nicht ich finde das voll geil wer ist jetzt gerade die führung wir ne nein so klar wir sind doch nicht ja nur wegen mir wieder schön hier ich habe aber viel abgestochen hat die erste mal in Ruhe ja ich hätte schon genug mitgemacht die Möcke ist so geil weil es nur kannst du ununterbrochen abschlachten wird geiles ich habe nur noch Messer mit ich habe ungeskillt Leute auf Messer und auch Sniper gar nicht mitgenommen ich mir dachte ja kommen sind sowieso teilweise nur Messer und auch ich bin in der neuen die tippt die tippt die tippt die tippt auch falsche Taste ob es um so lange tut darum weil es so gelesen heißt in der Europäischen großen oder oder die großen oder so beschrieben im dda die schoss sie und ich sehe gar nichts hier auf dem fernseher wieso nicht wir sind nicht voll scheiße muss mir gleich mal zeigen von hinten von vorne von deiner Mutter von allen welch Spaß siehst gehen wir hier so derbe auf den Sack ich lasse uns auch zwei Runden machen da hinten voll die Action oh Messertyp Messertyp ich will den haben ich finde das immer so geil dass die mir dann auch richtig dick in ne Bombe reinlaufen und die dann nicht checken dass da was liegt ey das ist ja unmenschlich das ist unmenschlich jetzt war wir sind immer ein Konkurrentes ums Neuplan weil ich sticht jetzt von den Markt ist zu sehen ich komme jetzt von ihnen und dann dann können die richtig pushen Merkste Merkste alle getötet hehehe ma diese Drecks Gettling alter das geht mir so offen satt ne wir rennen da so mit richtig beschissenen Drecks MGs rum und die ballern dann immer Gettling ins Gesicht rein wie geil ich die ganze Zeit Verwarnung kriege weil ich aus der Reichweite gehen und mich interessiert hat auch nicht die ganze Zeit wenn man mal Strafzeiten wenn du spielst ja geil und ich glaube ich mit in den Tod genommen sechs Stück mhm jetzt mal wie sieht der mit den Erfolgen aus eroberte Flaggen ja super ich laufe so einfach hinten rum schieß auf Infanterie ja wie soll ich ihn schießen damit da wird mich da echt einer verarschen jetzt wo ich keine Sniper mehr habe ich gehe jetzt wieder hin ich auch die haben nur Chance wenn wir da sind die Gegner die Gegner ja aus ihr geschießt mich einmal an und bin tot ja ein offener mit seinen behinderten Gettling Stier verreckt danke was macht der denn wo ist er denn wo ist er denn hat der Glittenberg Vollbild gemacht ja klar jetzt ne ja ich wollte grad schreiben fuck die Dreckstattling weg auf einmal macht der Vollbild das ist ein Zeichen ja dafür dass ich jetzt besser sehen kann um dem voll auf Fresse zu hauen nur noch nein boah bitte nicht jetzt aufhören nicht 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 ich brauch schnell 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 scheiße nein nein okay das ist ärgerlich das ist richtig ärgerlich ey Leute guck mal bitte wie viele Dinge ich jetzt hatte wie viele Punkte ich von den Infanterie äh von der Infanteriequest hatte ey ich check doch echt nicht wieso hab ich jetzt Vollbild hallo ist wohl irgendwie eine falsche Taste gedrückt ich hab gar nichts gedrückt ich hab wollte was schreiben Dom oh das ist ärgerlich scheiße man nur nur hundert äh blblblblblblblblblbl-blblbl First 78 Schaden und ich hätte die Aufgabe zu Ende gebracht boah hab ich viel ich hab 2300 EP gekriegt oder was ne verdient doch 2300 Level 1 Glückst du noch, Dreister, an? Küstenkrampf Boah, ich hasse die Runde, egal Gibt schlechtere Willst du mit in den Wagen? Dann nicht Ich bin schon da Ist doch gar nicht behindert, die ganze Zeit zu huten, ne? Wieso hängen die Kack hin, na? Oh, bitte Flaggen Okay, vielleicht schaffe ich das jetzt Hä? Schon tot? Ich habe den abgegeben Wichser Ma, ich kann den jetzt so schön wegsnipern Ma, dieser Dreckspaß Dieser Bube Dieser Bube Okay, äh Das Bübchen hat mich getötet Na, ist aber machbar Ist machbar Ja, genau Schön finde ich ja, dass die Namen manchmal nicht richtig angezeigt werden Ja, geil Das war ja gar kein schneller Tod Sehr schön Ich finde die Map ist sowas von unübersichtlich, ne? Nö, eigentlich nicht Ich weiß genau, wo was ist Ja, viel zu viele Bäume und so Dann sieht man das Achso, das meinst du Ja Hat aber nicht viel mit unübersichtlich zu tun Doch Weil man dann nicht sieht, wie man auch Frister holen soll Da ist ein kleines Kind Stierb, stirb, danke das steht jetzt auch mein brenn werfen wo sie sich dann bitte dj kippen nennen dj was oh meine wir müssen aufhören meine meine tastatur geht leer und ich habe keine ersatzbatterien auch gut ne ja wir können so lange spielen obwohl ne dann kann ich die aufnahmen nicht mehr beenden ha roadkill geil ja kann ich immer weiterfahren ja super die runde geht hoffentlich noch aber da blinkt schon wie verrückt geil ist aus leute bei meinen jetzt was ich krieg mal kurz unter dem tisch ich kann es auch nicht die aufnahme ne ne kann ich auch nicht ja ich komme mal kurz ob ich hier irgendwie die die ich gerade auflade die batterien ob die jetzt schon irgendwie funzen mal die stark bezweifeln weil die kaum ein paar stunden drin sind ja und halt die leute mal ein bisschen irgendwie ja ich würde mal sagen jetzt geht es ab hier ja toll sehen ja nichts na eben das ist ja voll scheiße man müsste Bildschirm schwenken also jetzt in deine richtung wer weiß das denn voll verrückt so sind wir zu nehmen und zwei kürzern ist das hier Ende ach so Ende ja toll und ich kann nicht beenden ist geil äh ach geht doch okay ist da ich hoffe es geht alles ich würde sagen wir sehen uns äh beim nächsten mal bis dann Tschüss Tschüss